Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23, mit dem Duell gegen den 1. FC Köln. Ein weiteres Heimspiel steht an. Ich weiß gar nicht, wie wir überhaupt in der Champions League spielen, muss ich gerade auch tatsächlich mal gleich gucken. So, Turnierpreis geht. Genau, bis weiterkommen in der Champions League. Wie gesagt, ich will die Amokoko-Fest verpflichten. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, aber die kriegen wir jetzt in der nächsten Folge, ne? Äh, nächstes Mal. 9,6 Millionen, ja. Apropos Champions League. Ich will mal gerade gucken, gegen wen wir antreten dürfen. Die Bayern haben tatsächlich wieder vorgelegt. Also nachgezogen, so rum ist es richtig. Ja, wir haben ja vor, wir liegen ja vor. So, weiter, wer? Wir verchippten. Wir spielen gegen Manchester United. So, gucken wir mal gerade auf die Ergebnisse. Da ist Dortmund weiter gegen Benfica nach diesem 0 zu 0 mit dem 2-1 in Lissabon. City Real weiter Real. Ja, unser Spiel haben wir ja gesehen. Ganz klar gegen Rom weiter. Barcelona gegen United 0 zu 3. Das wird eine ganz, 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 ganz harte Nuss werden. Das wird einer der schwersten Gegner werden. Da ist United weiter Bayern. Weiter gegen die Nazi Milan-Brücke. PSG gegen Liverpool ganz klar raus. Juventus, du reden. Es ist der League Chelsea mit 3-1. Also 5-2 im Gesamtscore. Und PSG gegen Porto 4-2. Ich will in Porto 1-1. Jo. Die Damen und Herren kommen diese Partien zustande. PSG gegen Dortmund. Juventus gegen Liverpool. Real gegen die Bayern. Und wir gehen. Erstmal in Manchester und danach zu Hause. Naja, mal gucken. Vielleicht. Nicht jetzt schon die Flinte in Kornwerf. Vielleicht funktioniert das auch. Ich hatte auch gegen Rom gedacht. Wird nicht einfach werden, aber. Naja. Ja, nächster Gegner, wie gesagt, der 1. FC Köln. Die wollen wir natürlich heute nach Hause schicken. Um halt die Möglichkeit zu haben, gegen die Bayern was zu reißen. Ja, ich vermute, dass Arb jetzt mal vorne mal rein darf. So. Ja. Ist halt jetzt gerade so ein bisschen, hat sich jetzt gerade so ein bisschen rauskristallisiert, dass genau diese zwei jetzt mal ein bisschen Startelf spielen dürfen. Nehme ich Lämpalle und Arb. So, nächstes Gegner, wie gesagt, Köln. Auf geht's. In Smash. So. So. Vielen Dank. So, geht sofort los. Und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Ich bin Wolf Fuss und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch, also das kann hochklassig werden. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber, werfen wir einen kurzen Blick drauf. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass dann nominell nur eine Spitze dabei ist. So, ja, wie gesagt, das Spiel gegen Köln habe ich nur unentschieden. War das nicht irgendwie 3-3 oder so, oder letzte Saison verloren? Also in Köln, in diesem Suchit, haben sie uns richtig viel Ärger gemacht. Mal schauen. Lämpere. Ja, wie gesagt, Ex-Kölner. Genauso wie eigentlich ein ehemaliger Spieler von uns mit Limnius, der mich ja in der dritten Saison in der dritten Liga hatte. Ja, ja. Patrick Bamford. Das war ganz, ganz böse, weil dieser Ball zum Fliegt 6 Minuten und 1. Wieder ein früher Rückstand. Fährder an der Verteidigung. Und ich glaube, dieser gerade Skill, der hat uns glaube ich auch schon am Ende Spiel, ist ziemlich viel gejagert. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball und setzt sich wunderbar durch. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Ich glaube, hier war 3-3 oder so. Das müssen wir uns von vielen zu viel. Aber das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das Video hat Patrick Bamford. Ein Rückstand an der Niederlage wäre natürlich. Aber er muss aufpassen. Weiter die Köln. Nee, lass dir doch nicht so krimmend. Die ganze Zeit. Ja, schon ein Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Ihr aber nicht. Die bekommen den Ball nicht raus. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Fischer. Guter Pass. Obameyang. Die da ist. Er ist da und kann den Ball erklären. Jetzt. Da ist das Tor noch mal. Ja, eigentlich war diese Chance auch schon verteidigt. Und ich habe schon gedacht. Sie müssen irgendwie doch den Ball aus dem 16er-Krieg. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. Tor noch 24. Kann man werden? Obermeyang. Und Livakovic verhindert. Die, die Führung für den Strafraum. Der muss ja besser erklären. Abwehrversuch scheitert. Ball weg. Erstmal. Die Szene erst mal zu Ende. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Linus. Schön diesen Pass abgefahren. Glück ist er. Und dann nix da. Skiri. Skiri. Karles Hill. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Nopat. Ach, Mann. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Ja, ja. Viel mit Auge. Ganz sichere Parallel. Gibt es da keinen Apfel vom Schiri. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Schuss um Schuss. Jaja, ich muss jetzt gerade abbrechen. Da hapert es. Sie warten auf die Führung. Hm. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Ja, ich muss jetzt sagen, er pfeift jetzt ab. Und das geht Freistoß gegen den FC. Ich glaube, es ist schwierig, wenn die von der Position zuvor reinzusetzen. Mal gucken. Und Reiner mit. Freistoß gehalten, aber auch keine allzu große Aufgabe. Es gibt ein Tor in der Düsseldorfer-Varena. Das ist nur gegen die Bayern. Was dazu? Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Ja, super. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Gespielt sind hier 43 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Pause. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Spielabschnell. Der Bayern hat uns mit 1 zu weg. Erstmal. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgang ist alles offen. Es steht unentschieden. Aber er muss aufpassen, weiter die Kölner. So, Gott sei Dank ist da jetzt nichts Dramatisches weiter passiert. Oh, beiden. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ey. Ich habe mir schon so ein Ding gegen Frankfurt reingeballert. Das darf nicht passieren, solche Situationen. Der Ball kommt rein. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Oh, bei mir. Fans können erst mal durchatmen. Ja, das ist ein bisschen zu zweit. Stehen sie dem auf dem Fuß. Vielleicht die Führung jetzt. Ecke. Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Und da kommt. Ecke kommt. Ecke kommt. Ganz wichtig. Er hätte mal fest. Oh, der lange, lange Ball. Auf. Auf. Ab. Viel vorwärts. Ab. 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 2, 1. Ab. 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 spiel gedreht das ist ganz 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 wichtig war eigentlich schon geklärt der heute der querling auf weglauf und dann kriegt den noch mal wieder und dann haut an rein kurz wo ich die lücke und findet es gab einen elf meter auf einem anderen platz deswegen mal kurz rüber ins studio es gab elf meter für düsseldorf aber sie haben diese chance nein das ist natürlich total ja vielleicht wäre da etwas weniger kraft doch besser gewesen besteht also weiterhin 1 zu 0 gespielt sind 58 minuten es wäre wahrscheinlich halbziger war sogar hat für uns also düsseldorf übergeben hat eine meter gegen die bayern verschossen das ist natürlich blöd für uns der spiel steil kathol sich den ball besitzt chance für den fc zu versuchen aber er kann erst mal durchatmen war wieder so einem blödsinniger ballverlust ging bernford fischer meine frisse sind nicht der erste den satz sie wechseln aus er gehen in den strafen sie können sie klären sie weiterhin bedrängnis erst mal in sicherheit genau in seine richtung 75 minute langer langer ball abgefällt ich weiß da ging es für köln augsburg unwichtig für uns gerade das dürfte eine enge kiste werden wenn man die mannschaften also vergleich ja man der schuss leute was ist das für eine nummer jetzt wird sie auswechslung geben ja man ja jetzt wieder einer der dazwischen kommt im letzten moment neun minuten sind hier noch zu spielen und können hier mit dem ball gewinnen ja man macht sich das leben so unnötig für diesen fall verlassen aus der chance wird doch nix jetzt ist der gegner ball ja starker pass eklass 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 und aktionen bei der pengen das so bitte vielleicht kann man jetzt noch mal wechsel vielleicht kann man jetzt noch mal irgendwie was machen weil dieser bayern ja führt hat gerade mal rein habe ich jetzt wechselt gewechselt alle okay dann brauchen wir nicht weiter wechseln es wird jetzt hier gewechselt und jetzt erleben wir den wechsel ecke kommt ins zentrum das war geschweckt der ball aber es bringt ein bisschen zeit jetzt auf der uhr glück für sich gegen das soll doch nicht da reinkommen jetzt angezeigt es gibt noch zwei minuten oben drauf einfach weg ist er nicht an war die präzise genug wird es einfach geben sie fangen diesen ball ab tut das gut ein schöner sieg alles in allem ein knapper sieg aber das kann ihnen völlig egal sein sie machen zwei tore zeigen einmal mehr warum sie den besten sturm überhaupt haben zeigen wo ihre stärken liegen und wenn sie die ausspielen dann ist gegen sie kaum etwas zu machen richtig und damit haben wir uns auf jeden fall auch nach hause gefahren so auf geht's ins finale wir brauchen kein weiteres links und es war durchaus wir haben uns den fehler wir haben uns das so ein bisschen selber kaputt gemacht dass wir auf der league bayern leider nur mit 0 zu 1 damit ist bayern weiteren tabellen führen läuft also alles ein bisschen auf das strikte duel hinaus was wie gesagt am 2.5. stattfindet wir sind ja erst an dem märz sprich wir haben noch ein paar spiele vorher und das nächste duel findet dann in wolfsburg statt und das sehen wir uns morgen wir sehen uns morgen ein na 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 ja na 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 Bis zum nächsten Mal.